Scheiße! Wozu soll das gut sein? Die Examen sind doch sowieso alle abgekartet. Da läuft nichts mehr ohne Bestechung. Du hast die Klausur verhauen. Und ich denk sie ja Heckfurt. Echt? Na das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten, gell? Und dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb deutsch. Aber du bist ein türkischer Mann und ich werde Frau. Dann hätten wir ein türkisches Kind. Das sieht man ja schon. Ich kann sie verstehen. Sie sind jung. Ja, sie wollen das Leben genießen. Vielleicht waren sie überfordert. Ich mein, ihr Mann hat sie sitzen lassen. Und dann hatte sie auch noch ein Gefühl geworfen. und einfach ein krähter. Und dann sehe ich mir das immer noch bacterisch. Das ist bestimmt so gut.